Hallo liebe freiheitsliebende Menschen. Ich darf euch die Jasmina Winkler vorstellen. Sie hält morgen für ganz Österreich ihren Kopf hin. Bitte unterstützt Sie in Ihrem Vorhaben ein friedliches Fest für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung abzuhalten. Teilnahme an der Veranstaltung ist in Eigenverantwortung. Jede Person handelt auch eigenverantwortlich. Wir grenzen uns klipp und klar von jeder Art der Gewalt oder sonstigen Unruhe stiftenden Handlungen ab. Jede Person, die sich nicht im Sinne des Friedens verhält, schließt sich automatisch von dieser Veranstaltung aus. Zur Veranstaltung selbst. Da gab es ein paar Änderungen, die nötig waren. Eine Gruppe von Menschen hat über den Kopf hinweg von der Jasmina diese Demo geplant, ohne sie dabei einzubinden. Und Aktionen gesetzt, die sie nicht vertreten kann. Deswegen sah sich die junge Mutter gezwungen, den Ablauf der Demo zu verändern. Der genaue Ablauf wird morgen von Ihrem Heldenplatz um 14 Uhr verkündet. Ich und viele andere Menschen unterstützen Jasmina dabei und ein Herzenswunsch von uns ist es wirklich, dass wir alle friedlich bleiben. Ich weiß, das waren wir bis jetzt immer und das werden wir auch sein. Dies geschieht auf ausdrücklichen Wunsch von Jasmina. Wir stehen für Menschenrechte, für unsere Grund- und Freiheitsrechte und für Selbstbestimmtheit ein. Wir sind weder politisch noch nationalistisch und lehnen jede extremistische Gesinnung ab. Jasmina handelt in bester Kooperation mit der Polizei. Jede Abweichung von der angezeigten Versammlung ist nicht im Sinne der Anzeigerin, in dem Fall der Jasmina. Jede Abweichung von der Jasmina.